Auf dem Kanal hatten wir euch bereits von Bjarne Ries ersten Schritten im Profiradsport erzählt und wie er bei der Tour de France 1993 zu einem der größten Doper der Geschichte wurde. Der Höhepunkt seiner Karriere kam drei Jahre später, als er Miguel Indurain auf der Straße nach Otakam schlug und die Tour de France 1996 gewann. Im darauf folgenden Jahr änderte sich das Schicksal des Adlers von Herning jedoch völlig und er musste seinen Thron als König des Radsports an seinen jungen Teamkollegen Jan Ullrich abtreten. Er zerstörte sogar sein wertvolles Pinarello-Zeitverrat. Wirst du mehr über den rasanten Niedergang von Mr. Sixty wissen? Los geht's! Janne Ries erreichte im Juli 1996 die Weltspitze, als er im zarten Alter von 32 Jahren die Tour de France in Paris gewann und zum Schrecken der französischen Berge wurde. In Dänemark wurde er wie ein Held empfangen und das Radsportfieber von dem sich heute Leute wie Jonas Wingegard, Magnus Kurt Nielsen und auch Mats Petersen nähern wurde ausgelöst. Er schien mit seiner Frau und seinem Baby so glücklich zu sein, dass der feine Radfahrer seine Frau mit der Handballerin Anne Dorte betrug. Doch während seine zukünftige Frau olympisches Gold gewann, ging unserem Freund beim Zeitfahren in Atlanta 1996 die Energie aus. Während Miguel Indurain, den er Wochen zuvor geschlagen hatte, die Goldmedaille gewann, verlor Ries fast 4 Minuten und landete auf einem enttäuschenden 14. Platz. Nachdem er an Kriterien und mehreren Dorfrennen teilgenommen hatte, verfiel der Champion in eine kleine Depression. Sein Familienleben ging in die Brüche und er wurde zu einem wütenden Mann, der sich meistens durch das Ansehen seiner Videos des Siegs am Hotterkamm zum Training motivierte. Der dänische Meister kam bei der Teampräsentation im Januar in Freude an. Jedoch wusste er genau, dass er die teaminternen medizinischen Geheimnisse mit einem Fahrer teilen musste, der viel talentierter und jünger war als er und die gleiche Nationalität wie sein Team Telekom hatte. Logischerweise sprechen wir hier von Jan Ulrich, der, wenn er nicht für Ries hätte arbeiten müssen, die Tour 1996 schon gewinnen hätte können. Das wussten die Fans. Und obwohl Bjarne der amtierende Champion der Tour war, setzten die Fans auf Ulrich. Also rief Ries seinen Lieblingsarzt, Luigi Ciccini an und bat ihn um eine heimliche Vorbereitung für den Frühling 1997. Ries sollte der einzige und exklusive Kapitän von Telekom bei der Tour de France sein. Sein erster Höhepunkt in diesem Jahr waren die Adennen-Klassiker. Während Lance Armstrong und Michele Bartoli den Flash Wallon bzw. Lüttich Bastione Lüttich gewann, strampelte der Telekom-Fahrer zu seinem eigentlichen Ziel, dem armsten Gold Race. An einem verregneten Aprilmorgen hatte Ries die Chemie in sich, die er drei Monate später bei der Tour de France brauchen würde. Aber er musste gegen große Konkurrenten wie Laurent Jalabert, Michele Bartoli oder seinen Landsmann Rolf Sörensen antreten, Spezialisten auf dem Terrain und Hauptfavoriten. 60 Kilometer vor dem Ziel griff Mauro Gianetti am Cowback an und mit ihm sprang der Franzose Laurent Roux und natürlich unser heutiger Protagonist Bjarne Ries. Sechs weitere Fahrer schlossen sich der Ausreißergruppe an, aber Ries störte sich nicht, ebenso wenig wie einer gebrochenen Radspeicher 38 Kilometer vor dem Ziel. Er kam schnell zurück und griff stetig an. Er fuhr alleine weg und erreichte die Zielinie einige Sekunden vor den anderen, während er die dänische Flagge auf seinem Trikot droht, wie schon Monate zuvor bei der Tour de France. Ein legendärer Sieg, der seine Konkurrenten das Fürchten lehrte, ihn aber auch glauben ließ, dass er stärker wäre, als er dachte. Der Däne beschloss mehrere Dorfrennen in seinem Heimatland zu bestreiten, um die Konkurrenz wegzupusten, vor allem andere Dänen, die glaubten, Ries sei ein legendärer Held, dessen Ernährungsumstellung ihn unzerstörbar gemacht hätte. Der erste davon, Aarhus Post Grand Prix, wurde zum Ruhm unseres Champions ins Leben gerufen. Dort warf er das Feld um mehr als drei Minuten zurück. Das zweite, fast ein verschenktes Kriterium in seiner Heimatstadt Herning, wo Kinder und alte Leute Bianes Namen in den Straßen skandierten, um zu sehen, wie er den mit Bank Grand Prix gewinnen konnte. Da er nun etwas außer Form war, beschloss er weiterhin, an der Oskatel Bicicletta teilzunehmen, einem spanischen Wettbewerb, bei dem der heimische Abraham Olano den Sieg errang und Ries nur in Anführungszeichen Fünfter wurde. Trotz dieser guten Ergebnisse konnte er sich den Ärger und die Zweifel nicht aus dem Kopf schlagen. Ulrich war immer noch der Publikumslieb. Der Deutsche war seinem vermeintlichen Spitzenkapitän bei der Tour de Suisse weit überlegen gewesen. Und obwohl Ries wusste, dass es daran lag, dass er nicht die für Frankreich vorbereiteten Blutbeutel dabei hatte, wussten dies die Fans nicht. So wuchs der Druck im Peloton zu Beginn der Tour de France. Als Telekom Direktor Walter Godefroth sagte, dass der Kapitän derjenige sein würde, der stärker ist. Während Ries die komplett gegenteilige Meinung vertrat, er und nur er würde der Anführer des Telekom-Teams sein. Die Rechnung für diese Worte kam schnell. Beim Prolog in Rouen trug Ries zum letzten Mal in seinem Leben das gelbe Trikot des Tourführers. Außerdem verlor er zwölf Sekunden auf seinen Teamkollegen Ulrich, der von seinen deutschen Teamkollegen unterstützt wurde. Erik Zabel, der Mann, der Telekom die meisten Siege bescherte, war Ulrich ziemlich dankbar für die Arbeit, die er in den Sprint leistete. Und Teamschwergewichte wie Jens Heppner und Udo Bölz wussten genau, dass Ries keine Chance hatte, die Tour zu gewinnen, wenn man Ulrich nur die Freiheit gäbe, als Kapitän zu fahren. Vielleicht war genau das der Grund, warum nicht alle den Dänen auf der zweiten Etappe unterstützten, als Ries nach einem Sturz wenige Kilometer vor dem Ziel hinten rausfiel und Ulrich mit einigen seiner deutschen Teamkollegen vor ihm ankam. Heppner und der Österreicher Trotschnik schützten Ulle und Ries verlor im Ziel eine Minute. Er war an diesem Tag zweifelslos wütend und begann in den Medien und im Teamhotel richtig zu schimpfen. Das war der Moment, in dem Rudi Pevenasch und Walter Godefroth wussten, dass Ries nie wieder eine Tour gewinnen würde und dass er völlig am Ende war. Auch wenn sie es in den Medien natürlich nicht sagten. Pevenasch dachte schon an Ulle als Anführer von dem Tag an, an dem Ries seine Frau fürs Leben verließ. Godefroth erlaubte dem Rostocker, Ries auf der ersten Bergetappe nach Lunenviel zu babysitten. Dort sahen die Zuschauer trotz zahlreicher Gesten des dänischen Fahrers, der sich anstrengte, staunend zu, wie der Fahrer mit der Startnummer 8 in aller Ruhe Berge wie den Tourmalet und Val Laurent hochkletterte, ohne aus dem Sattel zu steigen. Nach den Attacken von Richard Myrong fiel Ries ab und verlor im Ziel 40 Sekunden. In der Gesamtwertung war er fast zwei Minuten hinter Ulrich. Doch Godefroth verteidigte ihn bis dahin weiter und behauptete, dass Ries und nur Ries die Nummer 1 des Teams sei. Er glaubte seinen Worten selber nicht, also versicherte er bei der Teambesprechung, dass Ulrich nicht mehr länger für den Herning Eagle arbeiten würde. Am nächsten Tag zermalmte Jan alle seine Konkurrenten beim Aufstieg nach Ordina Akalis voller Kraft und Stärke in den Beinen. Ries saß da, völlig erschöpft und wir konnten sehen, dass Ulrich mit erstaunlicher Leichtigkeit kletterte, während der Däne unter der Hitze leiden musste. In nur wenigen Tagen hatte er alles verloren, was er sich in zehn Jahren Profikarriere hart erarbeitet hatte. Er war nicht mehr Kapitän und hatte mehr als drei Minuten auf den neuen Lieder und Kapitän verloren. Er war wieder in seiner klassischen Rolle als Helfer, wie früher für Laurent Fignon. Trotzdem versuchte Ries weiterhin um das gelbe Trikot zu kämpfen. Mit guten Leistungen, wie beim Zeitfahren in Saint-Étienne. Er hat sich sogar darüber beschwert, dass Jan Ulrich bei diesem Zeitfahren das gleiche Pinarello-Rad, wie er fuhr. Ries war an der Entwicklung des Rads beteiligt gewesen und er hatte es jetzt nicht mehr exklusiv. An diesem Tag verlor er weitere drei Minuten und sein Ziel wurde geändert. Jetzt müsste er Ulrich verteidigen und versuchen in Paris aufs Podium zu kommen. Ersteres hat er gut gemacht, denn unser wütender Freund war der Schlüssel dafür, dass Ulrich auf der legendären Couchéville-Etappe keine Zeit auf die gedobten Festina-Farger verloren hat. Es war eine großartige Leistung auf dem Madeleine von einem Mann, der an diesem Tag mit der notwendigen Bluttransfusion ausgestattet war. Das würde zwei Tage später nicht mehr der Fall sein. Dann begann der Absturz. Vor dem Anstieg zum Col de la Croix begann er sich krank zu fühlen. Wie auch andere Teamkollegen bei der klassischen Lebensmittelvergiftung in den verrückten 1990er Jahren. Vor dem Anstieg musste er anhalten, um sich in einen Graben zu entleeren. Marco Pantanis, Mercatone Uno, nutzte die Situation, um Ries außer Gefecht zu setzen. In der brütenden Hitze versuchte Ries mit den Favoriten mitzuhalten, indem er Faga von Keramiche Refrain abkaufte und mehrere Landsleute bat, sich für vergangene Gefallen zu revanchieren. Aber ohne Erfolg. Im Ziel in Friburg kam der Däne mit mehr als sechs Minuten Rückstand auf die Favoritengruppe an und verlor jede Chance auf einen Podiumsplatz. Die Wut des glatzköpfigen Mannes war so groß, dass die Adern auf seiner spektakulären Stirn anschwollen. Aber es gab noch das Sahnehäubchen auf dem letzten Zeitfahren in Euro Disney. Entmutigt, weil er nicht um das Podium kämpfen konnte und sogar verärgert über den Gedanken, dass sein geliebtes Pinarello nun von einem neuen Star der Weltradsportgeschichte gefahren wurde. Ries fuhr, als wäre er ein Radtourist und kein Profi. Vielleicht wollte er sich in die kindliche Atmosphäre in Disneyland einfügen. Sein Rad hatte zahlreiche Pannen. Genervt davon stieg Ries von seinem Pinarello, das Tausende und Abertausende von Euro wert war und warf es direkt in den Dreck. Er kam an diesem Tag mehr als neun Minuten hinter dem Sieger Abraham Olano an und belegte den siebten Platz. In der Gesamtwertung verlor er 26 Minuten auf das gelbe Trikot, den jungen Jan Ullrich. Armer Piane Ries.